Der FC Liverpool hat in der Champions League gegen den SSC Neapel verloren. Früh raus musste dabei Ex-Leipzig-Akteur Naby Keita. Im Champions League-Spiel gegen den SSC Neapel, 0-1, wurde Neuzugang Naby Keita vom FC Liverpool bereits in der 19. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt. Der Mittelfeldspieler musste vom Feld transportiert werden. Abseits des Balles war der 23-Jährige zu Boden gegangen und signalisierte sofort, dass es nicht weitergeht. Keita fasste sich immer wieder an den Rücken. FC Liverpool, Naby Keita kam von RB Leipzig, für ihn wurde Jordan Henderson eingewechselt. Durch ein spätes Tor von Lorenzo Insigne verloren die Reds schließlich die Partie. Keita war erst vor der Saison von RB Leipzig an die Enfield-Rot gewechselt. Eine offizielle Diagnose zu seiner Blessur steht noch aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017